Diesen Donnerstag trifft in der Zwischenrunde der Europa League Manchester United auf den FC Barcelona und in diesem Video werde ich euch zeigen, wieso das das beste Europa League Spiel aller Zeiten wird bzw. das beste Duell geht ja dann über Hin- und Rückspiel, also zwei Spiele und ja. Zunächst einmal muss ich sagen, ich kann natürlich nicht garantieren, dass es in seiner Spannung und in seiner Unterhaltsamkeit das beste Spiel werden wird in der Europa League, aber was ich meine ist rein qualitativ, denn da denke ich, dass es auf jeden Fall das Beste wird, was man bis jetzt gesehen hat, denn es trifft der spanische Tabellenführer mit Barca auf den aktuellen Drittplatzierten in England in der Premier League, die aktuell in der Liga mit den Schwergewichten und Topmannschaften der Champions League mithalten können. Beide Mannschaften haben mit Lewandowski und Casemiro zwei absolute Weltklasse-Spieler in ihren Reihen, die aktuell zu den besten auf ihren Positionen gehören. Beide haben ebenso absolute Top-Talente, die auf dem Weg zur Weltklasse sind, mit Garnaccio, Elanga oder Anthony auf der einen und Petri, Gavi, Balde oder Fatih auf der anderen Seite. Zudem gibt es den ein oder anderen Spieler auf beiden Seiten, der nach einem Formtief nun doch wieder auf absolutem Top-Niveau performt und damit quasi als Symbolbild dienend zur Verfassung ihrer jeweiligen Vereine. Da denke ich vor allem an Rashford bei United, der aktuell herausragend aufspielt und zum Beispiel an De Jong oder Ousmane Dembélé bei Barca, wobei letzterer das Duell verletzt verpassen wird, sowohl das Hinspiel als voraussichtlich eben auch das Rückspiel. Dass diese Spieler als auch die Vereine an sich wieder aufblühen, liegt allen voran an den Trainern beider Mannschaften, welche beide noch eher am Anfang ihrer Trainerkarriere stehen, wobei Ten Hag natürlich bei Manchester United schon deutlich erfahrener ist im Vergleich zu Xavi bei Barca. Taktisch gesehen setzt Xavi eher auf einen ballbesitzorientierten Fußball, während bei Ten Hag der spielerische Ansatz mittlerweile auch immer wichtiger wird, mit dem mittlerweile gesetzten Wout Wehorst vorne drin, wenngleich sie dennoch auch auf einige Konter setzen in ihrem Spiel. United spielt quasi immer im 4-2-3-1, muss dabei allerdings auf Schlüsselspieler Christian Eriksen verzichten, der die komplette Saison höchstwahrscheinlich ausfallen wird. Der wird jetzt aber von Sabitzer ersetzt werden, den sie ja ausleihen konnten, der zwar keinen schlechten Start hatte bis jetzt, aber die Abläufe im Ten Hag-System natürlich noch nicht so stark verinnerlicht hat. Barca spielt da hingegen meist in einem 4-3-3-System, aber ich rechne für dieses Spiel dann doch eher mit einem 4-2-3-1, da man dies zuletzt in allen Spielen gegen überdurchschnittliche Gegner gespielt hat, so beispielsweise auch im Supercup-Finale gegen Real Madrid, da haben sie ja wirklich überzeugend gewonnen. Und dazu habe ich auch eine gesonderte Taktikanalyse hochgeladen, vor allem mit Bezug auf das Barca-System. Und da erkläre ich eben, weshalb das Ganze so gut ist, also schaut da auch gerne mal vorbei, wenn es euch interessiert. Dann stellt sich aber vielleicht noch dem einen oder anderen die Frage, warum sie denn in der Europa League spielen, wenn da so viel Qualität auf dem Rasen ist. Bei Manchester United kann man die Begründung da eigentlich relativ kurz halten. Die haben halt letzte Saison eine schwache Saison gespielt und sich nicht für die Champions League qualifizieren können und waren dementsprechend in der Europa League. Aber man hatte halt im Sommer ein gutes Transferfenster und halt vor allem auch den Trainerwechsel zu Eric Ten Hag, der wirklich gute Arbeit leistet. Bei Barca ist die Begründung dann doch schon ein bisschen schwieriger, aber ich finde es dann doch plausibel am Ende, weil die haben ja schon Champions League gespielt diese Saison. Da könnte man fragen, wieso sollten die dann das Niveau für Champions League haben? Dann ist doch die Europa League richtig. Aber die Champions League Gruppenspiele waren halt alle wirklich zu Beginn der Saison. Barca war dann noch nicht eingespielt mit den vielen Neuzugängen und die Mannschaft musste sich erst finden. Und meiner Ansicht nach sind sie gerade auf dem Weg, das zu tun, wenn sie nicht sogar schon auf dem Höhepunkt sind. Sie sind in der Liga gerade extrem konstant, gewinnen quasi jedes Spiel und auch die Leistung gegen Real im Supercup fand ich wirklich, ja, ich würde es nahezu Weltklasse bezeichnen. Das war wirklich eine gute Leistung von ihnen. Und ich muss auch sagen, bei dem ersten Spiel in der Gruppe gegen Bayern hat man auch schon ihre guten Ansätze gesehen. Aber ja, Bayern war da halt einfach zu abgezockt, Barca zu unkonstant. Deswegen haben sie auch das ein oder andere Spiel gegen Inter oder auch das Rückspiel gegen Bayern eben nicht an die Leistung anknüpfen können. Aber derzeit finde ich, dass sie auf einem extrem guten Niveau agieren und eben auch in der Champions League vorne mitspielen könnten. Aber nun gilt es eben für beide Mannschaften, die Europa League anzunehmen in diesem Kracherspiel. Für mich geht aus diesem Duell auf jeden Fall ein potenzieller Sieger hervor, wenn nicht sogar der klare Favorit. Da gibt es noch Arsenal unter den anderen Teilnehmern. Aber ich würde sagen, die konzentrieren sich dann im Zweifel doch eher auf die Meisterschaft und dementsprechend weniger auf die Europa League. Abschließend interessiert euch vielleicht noch meine Prognose zu dem Spiel. Aber das ist halt wirklich extrem schwierig. Es ist wie gesagt die hohe Qualität. Aber nicht nur das, es ist halt auch komplett ausgeglichen. Ich kann mir Szenarien vorstellen, in denen beide gewinnen. Aber ich denke, es wird extrem eng bis zur letzten Minute im Rückspiel. Ich würde letztendlich sagen, United setzt sich durch. Aber das ist nur so ein leichtes Bauchgefühl. Auch weil Ten Hag als Trainer ein bisschen erfahrener ist, kann mir aber eben auch Barca als Sieger vorstellen. Und man muss auch sagen, das ist wirklich ein unglückliches Duell. So früh in der K.O.-Phase direkt zu Beginn, dass diese zwei Top-Mannschaften aufeinandertreffen. Das also soweit meine Einschätzung zu diesem Europa League Spiel. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Lasst mich sehr gerne eure Prediction. Wie geht das Ganze aus? Wer kommt weiter? In den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.